Musik Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FotoMove in der Lazy Lightroom Version. Der Version, in der ich Fotos für, und ich sag's jetzt mal, unseren gemeinsamen Instagram-Kanal aussuche, bearbeite und euch auch so ein bisschen an der entsprechenden Strategie teilhaben lasse. Aber jetzt starten wir erstmal die Titelmusik. Musik So, ihr seht, ich sitze hier mit einem dicken Schal und relativ dicker Jacke. Hier herrschen in meiner Gegend Minustemperaturen, das ist schon nicht mehr auszuhalten. Eigentlich hatte ich die Heizung schon abgeschaltet, jetzt habe ich sie direkt auf Stufe 4 gestellt. Es bullert und bullert und bullert und ich habe trotzdem das Gefühl, tief in mir drin sitzt eine Kälte, die sich kaum in den Griff bringen lässt. Also werde ich mich jetzt warmreden müssen. Und ja, kurzes Update, mein Kanal hat sich tatsächlich wieder erholt. Er ist langsam, es gab nochmal so einen kurzen Einbruch am Wochenende, aber jetzt geht es langsam und ich hoffe stetig bergauf. Genau wie wir es ja alle hoffen. Langsam, aber stetig werden wir jetzt auch die Bilder auswählen. Und dazu schauen wir auf unseren Auswahlbildschirm. Und ihr wisst, ich habe die letzten Male zwei Details herausgesucht. Damit möchte ich bei Gelegenheit auch weitermachen. Ich denke, es ist aber an der Zeit auch mal wieder den theaterfotografischen Aspekt zu betonen. Und da haben wir auch etliche Fotos, da die alle aus einem Jahr sind. Also ich habe dieses Archiv quasi aus einem, oder diese Fotos aus einem Jahresarchiv extrahiert. Sind wir da so bei verschiedenen, nur bei einigen Stücken, aber das ist sehr abwechslungsreich. Und ich schwanke jetzt, wenn ich das mal größer machen soll, zwischen folgenden beiden Motiven. Größer, größer, größer. Geht es noch größer? Geht noch größer. Können wir die dann nehmen? Na, ach, jetzt sind die ausgerechnet übereinander. Na gut, also oben rechts das. Und unten links so eine Geschichte wie unten links hatten wir aber schon mal vor nicht allzu langer Zeit. Ich nehme mal dieses ja wirklich dramatische Foto, das sich... Achso, wenn ich auf der falschen Tastatur auf Space drücke, dann geht das natürlich nicht. Legen wir die mal weg. So, das ist das Bild, um das es geht. Im Stück selber auch ein dramatischer Moment. Ich weiß, dass da auch die Soundkulisse dementsprechend war. Und die Herausforderung, man erkennt das vielleicht gar nicht, das ist keine Fotomontage. Das ist nicht von mir irgendwie zusätzlich nachbearbeitet. Das war auch ein sehr kurzer Moment, in dem dieses Foto nur so zu machen war. Aber ihr hört, da ist ein bisschen Besitzerstolz, schwingt damit. Es handelt sich tatsächlich um eine Videoprojektion auf halbdurchlässige Stoffwand. Das heißt, der große Vogel im Vordergrund ist auf eine Wand projiziert, die sich vor der Schauspielerin befindet. Das mal so zur Erklärung. Ich will euch das nicht entzaubern, aber das erklärt es vielleicht ein bisschen mehr. Also an sich sehr dramatisch. Wahrscheinlich wird bei Instagram keiner glauben, dass das keine Montage ist. Aber ihr seid ja die Wissenden. Und die Wissenden zeichnet aus, dass sie wissen. Ich bin schlau. Was für ein doofer Satz. Das Bild ist mit hoher ISO-Zahl aufgenommen. Ich wundere mich gerade, es geht eigentlich nur 3200. Aber in der relativen Dunkelheit rauscht es dann tatsächlich sehr viel. Warum kommt jetzt dieses Bild? So. Und wir gehen gleich mal in die Bearbeitung. Ich würde noch ein bisschen, das ist ja wieder scherer typisch schräg, das Schräge eventuell noch ein wenig mehr betonen wollen, wenn das geht. Wenn das geht. Das heißt, das Bild noch ein wenig mehr kippen. Ich glaube, auch wenn es schon dramatisch ist, kann die Dramatik da durchaus noch ein bisschen stärker zum Tragen kommen. Probieren wir es mal so. Ziehen das ein bisschen näher ran. Dann können wir nämlich rüber. Dann haben wir auch die volle Spannweite des Adlers. Und den ganzen Adler. Wir können die rechte Flügelseite ruhig etwas beschneiden. Den ganzen Adler sehen wir ja auch hinten. So. Das macht es, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher dramatisch. Jetzt ist das Bild durch diese Membran natürlich insgesamt auch nicht ganz knack gescharf. Also da konnte man mit bloßem Auge auch nicht knack scharf durchschauen. Deswegen gehe ich jetzt direkt aber mal in die Schärfe und Detailkorrektur und reduziere, wie ihr hier sehen könnt, noch mal die Luminanz. Also das eigentliche Rauschen. Das Farbrauschen ist da schon so weit rausgerechnet. Und das müssen wir aber vorsichtig machen, damit nicht zu viele Details verloren gehen. Man sieht hier die Zeilenauflösung dieses Vorhangs. Die soll ja auch nicht verschwinden. Und geben dann noch etwas Schärfe drauf. Das Schöne ist ja hier in Lightroom, dass einem die gefährliche Schärfe, die Schärfe, die zu Doppelschatten führt und so, immer auch schon angezeigt wird. Wir haben hier so einen roten Bereich, in den man möglichst nicht kommen soll. Bis dahin ist es, naja, mehr oder weniger tutti. So, also ganz gut. Jetzt würde ich sagen, insgesamt schauen wir uns die Helligkeit an. Denn die Helligkeit wird auch etwas Kontrast mit sich bringen. Gerade hier so im vorderen Bereich ist das vielleicht nicht schlecht. Dann wird allerdings, das sage ich jetzt schon mal voraus, der helle Bereich im Hintergrund auch wegfliegen. So, etwas mehr Helligkeit. So, und das Wegfliegen. Jetzt sehen wir es ganz deutlich. Das regeln wir wieder runter, indem wir die Lichter ein kleines bisschen herabsetzen. So, jetzt würde ich, um dem Bild noch einen kleinen stärkeren Tick zu geben, die Dynamik noch etwas raufsetzen. Ich habe das jetzt schon so oft gesagt. Nicht die Sättigung. Die Sättigung überfüllt das Bild quasi mit mehr Farbe. Die Farbwerte werden einfach erhöht, ohne Berücksichtigung aller anderen Werte. Das kann auch manchmal schön sein. Ist aber quasi die klassische Methode. Die Dynamik berechnet bei der Verstärkung der Farbe Werte wie Kontrast und Helligkeit mit ein, was dazu führt, dass Farben nicht so schnell zulaufen können oder an extremen Stellen eben auch ganz extrem grell wirken. So, deswegen ist Dynamik das sanftere Tool und wird von mir zu 99% auch bevorzugt. So, also ein bisschen mehr Dynamik. Wir sehen das jetzt ganz schön. Vor allen Dingen ihr Kleid wird dadurch jetzt deutlich angehoben und auch diese schönen, fast sanften Magenta, Lila ist es ja in dem Fall, Lila-Farbtöne im vorderen Bereich des Bildes. Ich spiele noch ein bisschen an der Temperatur, nur um herauszufinden, ob das den Effekt noch verstärkt. Ähm, ja, ein bisschen mehr Gelb. Ah, ihr Kleid ist so gelb. Na, ich würde sagen, ich schaue sogar mal auf beide Bildschirme hier. Äh, das lassen wir mal so. Und, äh, ihr wisst, mein letzter Schritt ist immer mal gucken, ob in den Effekten vielleicht die, äh, Wignetierung noch einen schönen Eindruck gibt. Nein, das muss hier aber nicht sein. Das Bild ist schon quasi von sich aus Wignetiert dramatisch genug. Ich würde das jetzt mal so lassen. Ich glaube, man erkennt das, äh, diesen Vogelschatten und den Vogel hinten. Ich glaube, das ist schön so. Also hier auch jetzt gar nicht so viele, äh, Änderungen. Ich gehe mal wieder zurück. Moment, ich mache es etwas größer, damit ihr auch was sehen könnt. Gehe mal wieder zurück im Spiel. So war es vorher. Und so ist es jetzt. Ticken Änderung. Nicht viel, aber eben genau dieser kleine Knall, den ich gerne dazu hätte. Ja, das wäre das erste Bild für heute. Das lade ich heute Abend, äh, dann eben auch hoch. Und, ähm, so, da wären wir wieder. Äh, ich hoffe, ihr habt wieder so ein bisschen was sehen können, so ein bisschen was lernen können vielleicht auch. Ähm, und, äh, ja, schaut euch meinen Kanal auf Instagram an. Äh, und zwar die Adresse ist hier, hier eingeblendet. Axel-J-Scherer, so findet ihr mich da. Äh, äh, verlinken tue ich auch nochmal unter dem Video bei YouTube. Also einfach drauf klicken, freuen. Und, äh, wir sehen uns auf jeden Fall baldigst wieder. Ähm, und, ja. Haltet die Ohren steif, was soll ich noch sagen? Haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.